hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge jump world mit dem pia natürlich hallo und mit dem alex ja und wir schauen mal was wir heute spielen auf jeden fall gab es jetzt heute nacht wahrscheinlich das update bei jump world es kommt ganz viel bullshit dazu aber ich glaube das kann man nicht zeigen weil ja weil er noch keine maps gebaut sind mit den features natürlich wir suchen eine raus die relativ gut bewertet ist und die nicht von irgendeinem youtube namen hat mole kraft koma hd ok ist der neue spielmodus hat immer die map dazu mal ja es gibt jetzt hier was ich gelesen es gibt du kannst du kannst als favoriten markieren was man ganz leise ist und es gibt halt auf den maps können leute so viel mehr scheiß benutzen das können jetzt monster verwendet werden also zombies die ich halt immer wieder runterhauen dass es gibt creeper mit denen durch hochpusten lassen muss dann bewegte blöcke und so weiter warum wir lange geben mit gehen soll ungefähr vier minuten stand da so ist dann noch ich bin darüber gelaufen wird sprengungen alles klar alex wird auch unter hat ja warum fand ich jetzt das loch wo ich eben gerade einfach drüber gelaufen bin die ganze zeit mich nämlich nämlich ficken jetzt geht es aber also ob da warum trüge ich eigentlich immer zurück das ist total dumm ja ich sterbe aber gerade ja oha ich hab's geschafft das ist echt nicht easy nein ich hab auch ein bisschen rausgefunden man muss gar nicht spammen man muss nur die perfekten moment heim keine ahnung wo es hier lang geht warum machen die immer so was so dunkel ist das mega ich komm ja nicht mal hi wo ich leute naja kommt drückgebot ist ach gott als ob der hier so dunkle gänge macht der hurensohn ich hasse sowas wenn die Leute dunkle erst mal bildschirmkammer hochstellen ohne schlecht glaube ich hab's geschafft und drück rechtsklick es ist halt echt belastend also der hurensohn macht aber auch jede menge ich hab extra grad mal mein gamma hoch gedreht aha endlich ja als ob der hier freeze reinmacht du siehst ja wo mein namen ist hinterherlaufen weiß gar nicht ob der weg der richtige ist aber ich bin nicht mal da noch ein checkpoint ok ich komm mal zurück mama check point komm mal wenn ich hin ich bin immer gegen die fixe kante es geht natürlich mein langweil nicht weg ok hast du es ja ich weiß nicht wo ich lang muss links lang wenn der gang da sich aufhört das ist ja mein name oh freeze nice ja aber er wird gleich wieder beendet zum beispiel da oben auf der anderen zugplatte bist so hier bin ich jetzt auch ach come on warum haben die irgendwas immer über den kopf drauf alter erst mal unsichtbarkeit auf die blöcke einstellen ok der sprung sieht aus hast du ihn geschafft na was mach ich denn da ich hab ihn geschafft kommst du nicht mehr hoch ist ja keine leiter nein äh da hinten war noch eine leiter mein lieb ich mich jetzt nicht mehr da hinten ist ein leiter ach so der kommt mal nicht hin scheiß alter warte was für ein abpackungsdinger kommt jetzt in jump and run das ist assi jump and run wiederholen wenn man da eine stelle nicht schafft alter übertreibt halt sind es hier für pros gewesen die ja vier minuten nur gebraucht haben ja gut zweit zwecklich das war auch zu hektisch ich bin einfach straight nach vorne das ist natürlich immer eine gute opportunity und ja es gibt jetzt zusätzlich noch mal neun spiel uns irgendwie man sieht es ja rechts um also an diesem scoreboard rechts sieht man es ja oben dass man so neben den minuten zahlen und den fails hat man dann noch so drei sterne das heißt es gibt irgendwie nochmal so drei zwischenpunkte oder sowas kann man einrichten keine ahnung ach ich glaub man muss direkt hier rechts an die seite und kann gar nicht direkt geradeaus nice könnte das sein trotzdem ist es doch nicht einfach da rein um in die ergerren zu kommen hast du auch recht ja hab ich gerade auch gemerkt alter was sind das für Huren so die die das geschafft haben mit vier minuten oder fünf minuten irgendwo so was in der ahnung stand da alter wollt ihr mich verarschen wollen die dich ich hab's geschafft ich bin in der ritze ich bin hier auch hochgekommen jetzt ohne probleme boah alter ist echt ganz schön eng immer da du musst halt wirklich der erste in die kante rein ja nice geschafft ja gibt's und trip ja ja das sind wirklich komplett ist gewiss noch ein spielmodus auf dem hd server und das ist genau so nachgemacht wirklich also wir haben es ja quasi ein spielmodus ein bisschen vorzeigen wohl muss man scheiße nicht runter auf jeden fall muss hier oben irgendwie ein lang springen glaube ich oder doch da runter muss man glaube ich ach aber nicht ganz darunter genau sondern dahin mit was überm kopf ist ja immer schön belastet doch nicht so doch einfach wie gesagt also der schwierigkeit kommt dann hoch hier ja an den rand mit schiff und dann da hoch also musst du an den rand mit schiff gehen und dann einfach schiff loslassen dann springen nein so wie man dahin kommt das ist noch eine frage aber auch immer schiff drücken bei solchen blöcken wo du unten drunter musst immer schiff drücken okay hier kann ich so springen und hier sind ich bin mir nicht getötet ist verbleiben noch drei spieler ja schön dann wurde es auch ein spieler jetzt mal ein bisschen weiter hast du geschafft ja bitte es verbleiben noch drei spiele jo nice blindes nice alles klar aber die sprünge gehen eigentlich klar ja man darf es jetzt noch ansenken ja man ach komm wie auf diesen spiel auf diesen dings da ist so schwer gibt es ja noch irgendwie vorher so ein checkpoint ne ne man muss direkt auf den ja scheiß zauberungstisch drauf hey wie soll das gehen willst du mich das geht mit sicherheit nur halt nicht schon ficken das ist ja drei weit eins hoch oder ja das geht auf jeden fall ach wenn man da zu spät abspringen wird das halt auch scheiße es ist aber so ein drei weit eins hoch also vierer im endeffekt man hä was gibt es hier nach hinten da hinter gibt es auch noch irgendeinen weg was ist das hier für ein weg nur Madonna hä aber wenn man weiter runter kommt dann stirbt man aber hä hä was gibt es da hinten also wie kommt man da überhaupt hin das hat ja alles ach ja stimmt ok ok jetzt hab ich es gecheckt ja ich hab es geschafft oh jetzt hab ich es gemacht einfach die ganze so wie die ganze zeit auch gesprungen und dann da so oh ja versucht hochzukommen und jetzt hat es geklappt vorher dreimal oder viermal nicht alter ich komm doch nicht hoch ey pia vor allen dingen die nacht kommt kein checkpoint ne hier muss man nochmal weitermachen und erst alter jetzt kommt erst ein checkpoint das heißt erst hier kommt der checkpoint wo du mich grad siehst ne wahrscheinlich hier ja ja ich bin ganz links an rand übrigens ja jetzt aufpassen hier noch zwei sprünge pass auf dass da nicht rechts anknallst der was geschafft ne die truhe äh 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 dann töte ihn kann man nicht töten aufzubrennen man kriegt dann man muss da runter ok man muss da runter ich geh schon mal runter du kommst ja schon wer packt das denn in vier minuten alter und ich mach ja jetzt ist es hier acht minuten habe ich ach ok hier unten kann man wohin äh durch die da wo die platte ist da kannst du durchgehen ja wo der village äh genau ja also moment erstmal was gucken man kann nämlich jetzt bei bewertung abgeben noch was anderes machen nämlich unten nämlich bewertung achso ne nämlich hat mich noch schon mal ein paar wo wir sehen ok das ist das ist jetzt nicht wert unbedingt sprünge waren schwul alles gut ist in ordnung ähm optik so aber wenn wir jetzt noch wirklich ne kurze map finden ne ne kurze map weil die ging jetzt schon acht minuten das ist schon für die folge genug äh eigentlich aber also nicht genug aber deswegen halt kristall suche machen wir mal bist du draußen ne warte ich zieh dich jetzt glaube ich eh mit ich würde ich eh mitziehen hab jetzt nur geguckt nach der zeit aber es ist dunkel das ist da ist ja immer eine trugplatte wo man ne da gibt es keine trugplatte wo man irgendwie dings bekommt oder ist das dunkel uhrensöhne ok ein kristall ist glaube ich auch ach genau das sind diese neuen funktionen mit so kristallen die man immer einsammeln muss das ist genau eines von diesen neuen sachen alter muss hier im kreis herum springen im ernst und hier sind zombies ja ok das ist eine extrem neue map die gerade das gemacht wurde aufgrund der herr wo muss ich hin ich hasse diese maps wo keiner der hatte aber auch wieder nur vier minuten diese map ne alter was ist heute los alter warum haben wir diese ganzen maps ok es geht hier hoch das ist aber eigentlich noch relativ easy aber Alex ist einfach nur blind das ist halt belastend wenn man blind ist aber das finde ich auf jeden Fall schon mal nice dass das so eine map ist die ich hoffe das kommt mal rein ich hoffe das kommt mal rein ich habe mich jetzt gerade wo runter gefallen wo ich wieder von neu anfangen naja du musst hier hinten hin du bist du auch da ja hier einfach und entlang und dann hier du musst dir einfach nur links der wand entlang drücken an der wand entlang drücken ja man kann auch einfach schummeln ja oder das keine ahnung dann hier hoch und dann da hoch hoch ok ja ach come on warum ruht sich jetzt gerade drüber was soll das ja genau ja wenn man den einsprung nicht schafft muss man wieder zurück dann ist das so belastend wir schafft ab 1 bis zum nächsten checkpoint checkpoint 2 nein nein ab zum nächsten oh nein da sind Mobs die haben das J und R kaputt was ja es gibt jetzt Monster halt eben ja das sind neue Maps boah hey wie kommst du da mann alter ich bin grad so dumm das zu schaffen läuft bei dir nein hörst du schon mal checkpoint 3 also ich bin zu dumm um grad hier hoch zu kommen bei der letzten Stelle hä hä wo muss man hier noch hin ach da rein ach da von oben in den Kristall ah jetzt kriegt man so ein Kristall ok gut nice das sind nämlich genau alles die neuen Features das finde ich cool dass das jetzt hier wenn der Map direkt das wir direkt ach man muss sich mit dem Creeper hoch boosten lassen das ist ich finde das cool dass das hier direkt eine Map ist jetzt die wir haben mit den ganzen neuen äh Updates Sachen alter ich hasse aber wenn die Maps so dunkel sind ne das ist ja das ist mein das ist mein das ist ein Vierersprung alter was denn wie war's das ist ein Vierersprung fertig den ich dir geschafft habe oder was was den ich da geschafft hab oder was anscheinend ja Habe ich. War easy. Habe ich beim ersten Earthtry gemacht. Ja, mein Typ läuft da immer den Dings runter. Wo komme ich jetzt wieder raus aus dem Crystal Raum? Ach da. Okay. Hier ist ein Portal. Alles klar. Jungs, sowas belastet meine Augen, wenn es zu dunkel ist, Mann. Ich würde den Punkt mal schaffen. Da unten ist ein Slime-Block. Ach du Scheiße. Mama! Ich hab dich wohl nicht. What the fuck? Wo war denn der letzte Checkpoint? Oh mein Gott, ich hab mich gerade zurückgesetzt. Der letzte Checkpoint war drei Kilometer entfernt. Oder habe ich da irgendwo einen Klick mal übersehen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Es hat mega belastet, wenn es da kein Checkpoint zwischen euch gibt. Das ist doch kein Fall ein Vierer. Das war ein Vierer. Muss ich den Klemmen runter, oder was? Ja, ich glaub schon. Auch Mann, ich schaff das jetzt nicht. Ich hab das nicht geschafft und es gibt keinen Checkpoint zwischen. Du hast das gesehen. Wenn du da jetzt verkackst, dann musst du dir von ganz vorne anfangen. Ja, ich seh's gerade. Alter, what the fuck? So drei Kilometer zurückgeschmissen werden, find ich voll belastend. Oh, nee, das ist jetzt behindert. Die kommen wieder vor geht schon wieder fünf Minuten, Mann. Ja, wir sind doch gerade bei 13, demnach, wenn ich zusammen addieren kann. Soll ich andauern runter? Hey, gibt's da ein Checkpoint beim Slime? Nee, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo man da hin muss. Bei nem scheiß Slime. Was ist denn das für eine Scheiße? Einfach drusspringen und dann nach vorne. Ja, ich bin einfach runter. Und diagonal, Alter. Das ist ja voll abgefuckt. Okay, ich muss eine Taktik entwickeln dafür, aber die ist asozial irgendwie. Ja, wollen wir das jetzt ja noch? Ein paar Minuten haben wir ja noch in der Folge. Oh. Nein. Was muss ich denn passieren? Also, dass wir hier 20 Sprünge wiederholen müssen. Wir sind ja auch einfach nur scheiße inkompetenten. Dieser Slime-Sprung ist einfach mega-ease. So, dass er es einfach nicht für nötig erfunden hat, da ein Checkpoint vorher zu setzen. Warum ist die Map eigentlich so gut? Wahrscheinlich, weil es eine neue Map ist, ja. Das ist ein Drecksack. Ich weiß, was hingeht. Wo denn? So eine Mist geworden. Wieso? Wohin denn? Nicht auf den Slime, oder was? Das schafft. Hä? Wohin geht's denn? Ich bin so ein Arsch geworden. Ich komme gleich. Das ist so eine Mist geworden. Ich zeig's dir. Ich kann mich nicht mehr fliegen. Wo bist du? Ja, jetzt bei dem Crystal. Und jetzt such ich grad den Weg. So, jetzt bin ich hier, wo der Slime... Ja, jetzt bin ich da, wo ich hin... Du bist nicht da, wo der Slime ist. Doch hier. Ja, jetzt bin ich da. Ich spring hier hoch. Ich spring hier hin. Du kannst von hier... Von da. Ach, kannst du hier hoch springen. Hier, nein, hier. Ach, auf der anderen Seite. Oh, ich hab irgendwas über mir, ne? Ja, noch, ja. Ach, du meinst da hin, oder was? Ich kann auch hier hin. Ja, gut, anscheinend nicht. Ich seh nur die... Alter. Pass auf, fall da nicht wieder runter. Erstmal. Alles klar, Alex. Ich würde das mal mit dem Slime machen, aber wenn du da... Wenn du hier hochkommst, ist es viel einfacher. Oh, bitte fall nicht runter. Das ist ja immer Leber am Limit hier, ne? Ich hab's Leber am ersten Mal geschafft. Man muss halt im letzten Moment springen, dass man... Ja, wie hab ich das gemacht? Kann man links auch drauf? Ne, links ist hier ne Mauer drüber, oder? Ne, auch nicht. Nein, fast. Also, ich weiß es gar nicht. Aber ich frag mich nicht, wie ich das gemacht... Alles klar. Alter, der ist doch mega belastend. Was macht der da für ne... Heißt, theoretisch muss man auf den Slime, um dann weiter hochzukommen... Das geht auch gar nicht. Ach so, um weiter unten draufzukommen, ne? Muss man. Ja. Alter, what the fuck. Und dann wieder hochzuspringen an der Säule, da wo man eigentlich gestartet hat, ne? Ja, und das ist nicht mehr sicher, dass du das mit dem Slime auch direkt packst. Ja, ja. Man, das ist echt belastend, sowas. Was macht der so ne Scheiße? Weil du musstest dann nämlich rückwärts runterspringen. Aber echt so ne Scheiße, der Memb wird teilweise noch richtig richtig die Bewerbung geben. Weil ich einfach dieses ganze Zeit... Warum muss man es immer so dunkel halten durchgehen? Weißt du, das verstehe ich nicht. Das belastet nur meine Augen. So, als bin ich wieder hier. Komm, einfach versuch einfach hier hochzukommen. Warum... Ich kann doch auch hier links drauf, oder? Ja, dann... Dann mach... Geh da links drauf. Ja, sag ich doch. So, jetzt geh hier rüber. Das ist jetzt nicht mein Ernst, oder? Dass ich den Sprung von da rüber... So ein Zweiersprung nicht zu sein will. Was ist los bei mir, Alter? Ich hab's das Festfall gemacht. So, dann jetzt... Ah, komm. Alles gechillt, Alex. Chill deine Base. So. Hä? Ist da irgendein Block im Weg? Nein! Check mal, ob da irgendein Block im Weg ist. Da ist kein Block im Weg. Ich... Ich hau immer irgendwo gegen den Kopf. Hier. Ja. Oh, jetzt aber. So, jetzt bringst du hier runter. An die Leiter, oder was? Oder hier drauf, auf die beiden Blöcke. Ach, das sind Blöcke, okay. Alles klar. Geh die Leiter hoch. Nice. Und du hast es geschafft. Nice, Alter. Hurensohn. So. Sehr schön, Leute. Ich geb dir mal ein... Wie heißt das Optik? Gib ich ein schlecht, weil es dunkel ist. Und ich das hasse, wenn es dunkel ist. Und die anderen beiden geben wir mal ein okay. Und kreativ noch mal so. Hurensohn. Ja gut. Das war's von der Map. Haut rein. Bis zum nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.